So saftig und lecker. Ja, ich stehe im B-Caddy. Oh Gott. Okay, geh mal schön raus, ne? Kenny wartet hier auf mich. Bringt nicht, sei egal. Ja, roter Pfeil, ich weiß, wo ich bin. Ja. Können wir eigentlich überspringen, ne? Ich weiß. Jetzt hat uns jetzt jeder verletzt. Okay, deine Waffe hast du, ne? Ja, ja, ja. Ich nehme sie gleich zum Schießen. Ich bin Amy, ne? Ja, ja. Ja, Amy. Findet ihr mal viel besser, wenn die Personen vorgeschrieben sind, die man benutzen soll? Wie jetzt, also hier. Das ist viel besser. Lauf vor, bitte. Ja, genau, toll, Kameras. Das ist eben super gemacht. Fettes Vieh! Nein! Mach doch, mach doch! Tod. Soll ich es benutzen? Ja. Wie geht das? Ich will nicht was Gutes benutzen, ich habe nichts anderes. Okay. Ich wollte es nicht, aber es müsste sein. Warte. Ja. Nachladen. Und du bist... Aufladen. Aufladen. Super Begriff. Fehler? Nehmt. Na schön. Ja, Leute. Verarschen. Energy Brewing. Ich kann aussprechen, das ist nicht geil. Ja, wo landen sie? Gehen wir wieder zurück? Bringt gar nichts, ne? Ja. Aufladen bin ich. Los, ey, wir müssen die alle fertig! Ja, okay, das war's. Da auch, ne? Bei ihm? Ja, mach ich das. Zufall. Ne, wir wollen nur noch mal. Was labbeln die da? Ich lese das grad nicht. Äh, ja, ihr müsst mit dem Fahrrad, okay. Äh, also ich glaub, der hat grad das gesagt, dass er jetzt mit dem Fahrrad fahren muss, weil er... ...ein Auto mehr hat oder so? Was weiß ich. Ja. Was ist da aus wie ein Büffel? Ne, hier geht's auch nicht lang. Ah! Hilfe! Was ist so... Och, Hilfe. Ne. Hier lang? Oder waren wir hier eben? Weiß ich nicht. Das ist einfach lang. Nö. Ach so! Ach so. Ja. Oh, jetzt ist er aber... Oh. Warte, warte, warte. Oh, ich liebe sie irgendwie jetzt doch. Nicht du, nicht du, nicht du, nicht du. Alter, geil. Wie geil das ist mit ihr. Sie ist viel besser als Ashley. Amy? Amy ist wirklich viel besser als Ashley mit dem Schlagen. So. Sie, ähm, steuert die mal irgendwie zurück und sie wird meistens nicht getroffen, wenn Ich find's ja doof, dass wir nicht zwei Waffen haben. Wie, zwei Waffen? Ähm, ja, zwei Schuss. Ach so, nee. Ich glaub, mit Amy ist das eh besser, wenn ich da hinlaufe und die so kaufkriege. Ja. Das wäre gut als Brennholz. Ich hab keinen... Dann geht's hier rechts lang. Da. Ähm. Ah, mein Bein hat gezuckt. Oh, Entschuldigung. Nein, mit so Bären, so hoch und... Oh Gott! Wo bin ich? Nee, damit kann man nicht. Da brauch ich jetzt auch immer. Oh ja. Dann hier da. Ja, ich versuche zu dir zu kommen. Ich bin da. Hi. Okay. Ähm, Weg. Ich weiß nicht, dass wir jetzt wieder zurücklaufen. Aber ich glaub schon, dass wir hier lang müssen. Okay, nochmal gucken. Wir gucken jetzt gründlich nach. Wir haben... Was ist das da? Was? Wo? Serum. Ach, das ist das Serum. Ich weiß nicht, wofür das jetzt ist. Ich hab nämlich nicht aufgepasst. Scheiße! Warte, ich könnte mal hier... Hier lang... Komm, da ist bestimmt ein Weg. Ah! Geil! Willst du die haben? Ja, wo ist denn die? Ach, die hast du. Oh, du Sau! Warte mal hier. Ja! Geil! Ich nehm die erstmal nicht. Ja, wir können den Baum kaputt sehen. Ach so! Hm! Geil! Ja! Wo ist das? Hier. Da ist auch ne Schnellstelle schon. Boah, du bist richtig geil. Alter, wie geil das ist! Huch! Nochmal! Ja. Nee, hier zur Seite. Okay. Hier zur Seite! Ach ja, ach ja! Oh, die meinten mit Brennholz. Hab ich gedacht, man braucht irgendwas zum Feu... Äh, Feu... Ja, dann wurde der ganze... Warte! Was? Ich verstehe überhaupt nichts. Da musst du vielleicht mal reingucken. Ja. Geil. Nein, das ist total unnützig. Bessem Gesicht. Ähm, das ist wirklich nicht aussprechen, deswegen liest du das bitte. Ach, ja. Der Stalker von Fall Creek. Wald hat wieder zugeschlagen. Ein Paar, das im Wald spazieren ging, behauptete von einem stämmigen Mann mit einem deformierten Gesicht belästigt worden zu sein. Das ist das siebte Mal innerhalb eines Jahres, das... Ist ja wenig. Das über solch einem Vorfall... Wie gehe ich rüber? X? Du musst das machen, du liest doch gerade. Nein, du musst doch runtergehen. Yeah. Hallo? Ey, jetzt reicht's hier aber. Ja, untersuch es doch. Untersuch es! Wir drücken mal Kreis, X, keine Ahnung. Die ganze Zeit ging's noch. Falltasten. Geh mal links, reich. Ja, funktioniert nicht. Leute. Aha! Ja, dann... Ja, denkt euch den Rest. Nö, bin ich. Okay, süß. Ja, Pech gehabt, wenn es nicht funktioniert. Ich habe alle Tasten gedrückt. Näh. Was safe ist das? Immer diese Scheißkamera. Wo bin ich? Die kriegst du. Willst du nicht auch eine Schusswaffe haben? Ja, ich will die Shotgun. Ja, siehst du. Wo lag sie denn jetzt? Hier. Hast du jemand? Okay, warte. Ja, ich wollte doch gerade, Mann. Oh, cool, ist das die Musik? Ja, ist doch jetzt gut. Ist doch jetzt gut. Bin ich. Jetzt. Ja, wo ist der Kuss? Ja, ist der jetzt okay. So. Alles ist okay, kleine Mann. Oh Gott. Ich habe kaum noch Munition. Schauen. Hat das nicht geblinkt die ganze Zeit? Nee, das war die Kamera. Äh. Die Taschenmauer. Ja, meine ich, ja. Okay, und jetzt? Wo lang? Da lang? Hier lang. Ja? Echt? Ja. Da ist auch ne Tür. Und langsam hab ich irgendwie keinen Bock mehr. Alter. Nennt er dich immer Blondie? Oh, das ist der Klug. Ja, ne? Scheiße. Hallo? Regnet das eigentlich nicht? Nö. Äh, ja. Ach da. Oh. Scheiße. Ähm. Ähm, ja. Ja. Ähm. Ich hab irgendwie nichts zu sagen, weil das hier sehr komisch aussieht. Hallo? Musst du das vielleicht? Nee. Irgendwas war doch eben da. Äh. Hä? Oh, ja. Oh, Kamera. Ich hasse. Hier vielleicht lang? Nee, das war das Tor. Ja. Da müssen wir eigentlich lang, ne? Weiß nicht. Ich hörst nicht meine Kettensäcke raus. Ne, warte mal hier unten lang vielleicht. Ja. Nein. Geh einmal rum. Hier lang. Hä? Ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Blume speichern. Wir könnten jetzt eigentlich Schluss machen, ne? Ja. Und wir speichern jetzt und dann machen wir Schluss, ne? Ich erschrecke mich immer noch, wenn die Unke... Wand. Das ist sehr schön. Und da schreckst du dich immer, ne? Ja. Okay, dann speichern wir jetzt ganz schnell. Endlich draußen. Was? Du warst klar. Ja. Nochmal. Ja. Du bist der erste Spieler. Ich erkenne die Uhrzeit nicht mehr weicher. Hm. Okay, dann werde ich jetzt sagen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschau.